Unser Planet, grenzenlose Weid, unermessliche Ressourcenreichtümer, gigantische Ozeane, Millionen Tiere und Pflanzenarten, endlose Wälder, unendlich fruchtbare Felder. Die Erdoberfläche ist rund 51 Milliarden Hektar groß. 1,1 Milliarden Kubikkilometer Wasser bedecken den Planeten und es gibt rund 1,8 Millionen Tier- und Pflanzenarten. Fast 4 Milliarden Hektar der Erdoberfläche sind von Wäldern bedeckt, ca. 1,6 Milliarden Hektar werden als Ackerland benutzt. Bis 2025 werden über 30% der Menschheit mit Wasserknappheit konfrontiert sein. 500 Millionen Tierarten sind bereits ausgestorben, die meisten durch Verschulden des Menschen. Jährlich werden ca. 14,5 Millionen Hektar Wald vernichtet. Täglich gehen 20.000 Hektar Ackerland durch Übernutzung verloren. Durch Klimawandel kommt es immer öfter zu Ernteausfällen. Die Zahl der Hungernden wird in den nächsten Jahrzehnten voraussichtlich um 600 Millionen steigen. 1,5 Millionen Hektar der Emergen Sea zu hoping. 1,5 Millionen Hektar Baum der Gelderfläche 2,5 Millionen Hektar der Ernten dessen, bis 20,000 Hektar der Ernteausfälle. 2,5 Millionen Hektar der Ernteausfälle. 3,5 Millionen Hektar der Ernteausfälle. Untertitelung des ZDF, 2020